mir macht tanzen einfach spaß und dass man hier einfach alles ausprobieren kann das ist für mich einfach toll und ich habe vor nächstes jahr auch wieder da zu sein es gibt noch so viel was ich nicht kann so viel was ich noch ausprobieren will und dafür ist das ideal und dafür öffnet die tanzschule traumtänzer ihre pforten zum tag der offenen tür alle gäste können dabei an den verschiedenen standorten am kurfürstendamm in mariendorf oder tempelhof in das vielfältige kursprogramm reinschnuppern der tag der offenen tür ist natürlich so von der ersten idee her schon so ein bisschen für für die einsteiger dachte wenn man sich noch nicht ganz sicher ist wird das ein hobby wird das eine sache die man miteinander gestalten möchte aber neben einem umfangreichen programm für neulinge ist selbstverständlich auch etwas für fortgeschrittene dabei also wir haben zwei blöcke am heutigen tag gehabt für sehr erfahrene tänzer ja die viele jahre schon dabei sind um wieder einzusteigen um sich zu orientieren welche in welcher stufe geht man rein ja man hat die möglichkeit alle tanzlehrer einmal kennenzulernen alle trainer also eigentlich die beste möglichkeit sich einen rundumblick zu verschaffen dabei können sich die besucherinnen und besucher ganz frei zwischen schwungvollem rock'n'roll feuriger salsa oder dynamischen discofox bewegen aber das wichtigste ist natürlich einfach spaß haben und nicht zu doll denken und so sind auch die leidenschaftlichen tanzlehrerinnen und lehrer komplett begeistert ich fand die leute waren heute total motiviert die haben alle ganz viel spaß gehabt lust gehabt haben verdammt gut mitgemacht und dann macht uns natürlich noch mehr spaß und man überzieht auch mal ein paar minuten doch natürlich ist noch genügend zeit um mit dem modern line dance und dem nightclub gleich zwei neue tanzstile im programm zu präsentieren wer jetzt lust bekommen hat das tanzbein zu schwingen der kann sich jederzeit auf der webseite der traumtänzer über das aktuelle kursprogramm informieren oder kommen sie einfach vorbei denn die türen der tanzschule traumtänzer stehen für sie immer offen